um irgendwie hat sich mein Leben die sie anders an als sonst wir schaffen wer weiß was der denn los ist du mein Lieber alles was das Herz begehrt seht selbst das kann ich dir verkaufen die edlen Schuhe so ein bisschen was kann ich dir verkaufen kommt wieder so Mist ich müsste ja einmal diesen diesen leuchtenden Thalium brachen bräuchte ich ja eigentlich noch um das eine Ding dazu basteln ähm ne nicht die magie erfüllte Robe der leuchtenden Thalium Goldbark genau nimmt sich einfach als würde sie erhabenen Fades sein manche wissen einfach nicht wo der Platz ist das ist das ist wie kann ich euch zu Diensten sein natürlich hast du vielleicht ein leuchtenden talium bachen so ganz zufällig gut standen manche ändern sich einfach nie bauen wir mal noch ein bisschen was die kann ich ja natürlich verkaufen wir dann ein bisschen was kleiner rucksack zwei fest wieder harnische wie kann ich euch zu diensten sein natürlich was hast du denn noch für bücher nichts was spannend für mich wäre wohl verzauberung was ist meisterbuch expertenbuch verzauberung hast du natürlich nicht dabei ja gut gut was ist denn das für eine rüstung die ihr da tragt was tragen wir denn gerade für eine rüstung was achso ja natürlich ähm zack und schon haben wir wieder alles an was wir brauchen ist doch immer dasselbe aber ich weiß nicht na ab zum sonnentempel ich hoffe das hat man gerade nicht gehört aber wer weiß was so wir haben alles gemacht warten bis die ständig gerade entschlüsselt wurde wird gut dann legen wir uns mal eine runde hin ich hoffe 24 stunden erreichen vollkommen dafür das vertrauen habe ich in dich oh natürlich sollte man auch genau wissen wie lange man das macht komm schon impost ne und hier eigentlich könnte ich davor noch den einen Typen da noch helfen. Das würde ich nochmal machen. Die Apotheose. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich zu diesem komischen Schiff schnell springen oder geht das nicht? Also jetzt die große Frage. Äh, da. Zack. L. Wie schnell komme ich da hin? Miradenturm, Schneefall, Taverne. Ja komm, das machen wir nochmal. Und dann haben wir noch ein bisschen was noch so ein bisschen was Nebenquestiges gemacht. Und dann müsste der auch fertig sein mit der Karte entschlüsseln. Das soll doch nicht so schwer sein, so eine komische Karte zu entschlüsseln, hoffe ich. Schnee. Der Scheiße, wenn du. Schau mal, ne? Ja. Guten Abend. Sicher doch. Schneefall, Herr Werner. Wo bist du? Soll ich euch bringen? Ab. Ab dahin. Wie ging das nochmal? Genau, ich muss einmal Welchen Weg musste ich folgen? Den hier, glaube ich. Ja? Ja, den Weg muss ich folgen. Flammenbiss und geleistender Funke. Und ähm natürlich Fokus nicht Meditation drauf. Komm. Eil dich mal ein bisschen. Wir möchten hier schnell vorbei. Ich hoffe nur, dass die Nirmesen nicht überall hier sind. Und wenn schon, ich glaube, ich würde dich schnell Couch machen. Lauf mir richtig. Ja, wir laufen richtig. Ähm. Lauf mir richtig. Ja, wir laufen. Lauf mir richtig. Lauf mir richtig. Hah. gut gut ab weiter ja komm lass mal kurz noch ein Brot essen oder sowas tschüss mein großer wir gehen weiter ja hallo gut gut wir müssen jetzt komplett geradeaus laufen ja oder jup und dann die nächste Abbiegung nach unten das kriegen wir glaube ich hin ne oh ne ne nein ich habe vergessen zu speichern super super nein das kann doch jetzt nicht wahr sein ich hoffe ich hoffe einfach nur dass wir nicht an der Schwefalter werde rauskommen bitte 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 ernsthaft nein gut machen wir alles nochmal von vorne ne hat doch so viel Spaß gemacht nicht ich kann auch mit meinem Esel reiten wir können nicht vielleicht an allen vorbei reiten man müsste wirklich mal härter durchgreifen schreitet wohl wohin solls über Muraden was in der Zeit vor der Blutmonte wollte also vor einer ganzen Weile waren gezähmte Muraden wie meiner hier noch ein seltener Anblick aber mittlerweile sind sie zumindest hier auf Enderal ziemlich geläufig schade irgendwie schreitet wohl die Dame wohin solls gehen sicher doch wohin soll ich springen so komm diesmal speichern haben wir nicht noch so Morgenluft Trunks oder sowas die wir einfach womit wir einfach schneller laufen können ne hier habe ich ja alle verkauft haha so